Hier ist wieder das Internationale Pressezentrum in Berlin in der Mohrenstraße mit einer Direktübertragung. Eine gestern begonnene Tradition wird heute fortgeführt, jeden Abend nach dem Abschluss der Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Er steht ein Vertreter dieses Gremiums, den in- und ausländischen Journalisten, die, wie Sie sehen, hier massenhaft versammelt sind, Rede und Antwort. Die Informationen über den heutigen Tagesverlauf liegen nun so weit vor, dass es eine sehr heftige, kontroverse, leidenschaftliche Diskussion zu den unterschiedlichsten Aspekten gab. Leider war es auch wieder heute nicht möglich für uns, direkt an dem Geschehen teilzunehmen, direkt für Sie zu übertragen von der Tagung des Zentralkomitees. Umso größer ist nunmehr die Erwartung, was Günter Schabowski zu den gefassten Beschlüssen und zum Inhalt der Diskussionsbeiträge zu sagen hat. Vielleicht kann ich schon einfügen, es ist, soweit wir gehört haben, die Einberufung einer Parteikonferenz für Dezember. Günter Schabowski bittet eben noch um einen Moment, sich zu konzentrieren und Material zu sammeln, will ich also den Gedanken fortführen. Es ist eine Parteikonferenz für Mitte Dezember einberufen worden, soweit wir gehört haben. Und unter den Journalisten hier kreisten Gerüchte, unter anderem auch, dass die ersten Sekretäre von Halle und Cottbus, Böhme und Walde abgewählt worden seien. Aber man muss solche Spekulationen mit großer Vorsicht genießen, denn es ist bei der westlichen Presse ja ausgeprägt, dass man das Gras wachsen hört und Dinge auch kolportiert, die einer näheren Prüfung nicht standhalten. Dennoch, wir werden gleich von Günter Schabowski erfahren, was an solchen Informationen ran ist. Interessant auch für mich als Journalisten hier das große Interesse, dass unsere Arbeit, das heißt die Arbeit der DDR-Journalisten bei den ausländischen Kollegen genießt. Von mehreren Seiten sind wir schon angesprochen worden, Interviews zum Inhalt unserer Arbeit zu geben. Nun hat Günter Schabowski das Wort. Zur Information über den zweiten Tag der Beratung der 10. ZK-Tagung. Ich darf Ihnen wieder meine Kollegen vorstellen, Genossin Elger Laabs, Mitglied des Zentralkomitees und Vorsitzende der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung. Professor Banaschak ist Chefredakteur der theoretischen Zeitschrift der SED Einheit und neben mir sitzt Außenhandelsminister Bayer. Über die heute Arbeit des Zentralkomitees könnte man zusammenfassend sagen, Sie ist bestimmt von einer sehr intensiven Erörterung des von Genossen Kainz gegebenen Berichtes und von dem Entwurf des Aktionsprogramms auch weitgehend bestimmt. Es haben bis jetzt 16 Diskussionsredner das Wort ergriffen. Die Beratung des Zentralkomitees geht bis in die späteren Abendstunden weiter. Ich kann hier nicht genau sagen, wann die Beratungen enden werden. Ich bitte deshalb auch wiederum um Verständnis dafür, dass wir uns hier einigen auf eine Frist von etwa einer Stunde, also sagen wir mal so bis gegen 19 Uhr, damit es uns möglich ist, an den wichtigen Beratungen des Zentralkomitees weiter teilzunehmen. Charakteristisch ist, dass Mitglieder aus allen Bereichen der Partei und der Gesellschaft in der Tagung das Wort ergriffen haben. Ich will damit andeuten, dass es mehr Mitglieder sind, als häufig oder zuvor in der Diskussion das Wort genommen haben. Also Ausdruck eines großen Bedürfnisses, sich zu den Fragen der Erneuerung der Politik der Partei, zu den Gründen für diese Entwicklung zu äußern und Fragen zu stellen und Standpunkte dazu mitzuteilen. Bei aller Unterschiedlichkeit des Herangehens und der Thematik wie auch der Positionsdarstellungen kann man doch konstatieren, dass eine wirkliche Einmütigkeit besteht, darüber nach vorn zu gehen und selbst beizutragen zum Prozess der Erneuerung im Lande und zum Prozess der Erneuerung der Partei selbst. Ein anderer wesentlicher Zug der Debatte ist der kritische und selbstkritische Ton, dass der Versuch, die eigene Verantwortung auch der Mitglieder des Zentralkomitees wie der Mitglieder des Politbüros an den fehlerhaften Entwicklungen zu ergründen. Das Zentralkomitee, so könnte man vielleicht sagen, hat mit dieser Beratung, soweit sie bis jetzt also zu bewerten ist, ein bedeutsames Zeichen gesetzt für den Anspruch auf Führungsautorität innerhalb unserer Partei, eine Autorität, wie sie dem Zentralkomitee einfach zukommt. Die Breite der Themen war sehr groß. Auch die Prüfung, Sondierung, Beschreibung von Schwierigkeiten in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wie Wirtschaft, Landwirtschaft, Wissenschaft und Kultur spielte fast in jedem Beitrag eine Rolle. Also die Diskussionsbeiträge waren im Allgemeinen komplex angelegt, hatten ein breites thematisches Spektrum. Es gab auch Bemerkungen zur Arbeit der Medien, also nicht zu Ihrer Arbeit jetzt, sondern zur Arbeit der Medien unserer Republik, ein großer Umfang von Beurteilung. Es wurde noch einmal ausdrücklich die befördernde Rolle der Medien anerkannt in dem eingesetzten Prozess des Veränderns und der Wende. Es wurden aber auch einige Dinge besprochen, die die Kritik einzelner Mitglieder des Zentralkomitees hervorgerufen hatten. So viel vielleicht erst einmal vorausschickend an Diskussionsrednern, die heute das Wort ergriffen haben, möchte ich Ihnen nennen Frau Präsidentin, Genossin Christa Herrmann, erster Sekretär der Kreislandung Reichenbach, Bauminister Juncker, Prof. Dr. Moritz Mebel, Waldemar Liemann, Parteisekretär des Kali-Werkes-Werra, der Vorsitzende des Zentralverstandes der Vereinigten Gegenseitigen Bauernhilfe, Fritz Dallmann, der Präsident des Schriftstellers Hermann Kant, Hans Modrow, der Innenminister Dickel, Genosse Günther Sieber, Genosse Posner, Genosse Herger, Genosse Jan und andere. Also vielleicht so viel zum Verlauf der heutigen Beratung. Ein ganz wichtiges Ergebnis der Beratung ist die Einberufung oder der Beschluss über die Einberufung einer Parteikonferenz der SED. Es ist die vierte Parteikonferenz in der Geschichte der Sozialistischen Einheitspartei und zwar für den 15. bis 17. November 89 Dezember nach Berlin. Damit hat das Zentralkomitee der Forderung vieler Genossen, Arbeitern, Genossenschaftsbauern, Angehörigen der Intelligenz und vieler Parteikollektive entsprochen. Mit der Parteikonferenz ist das Ziel gesetzt, die aktuelle Lage in der Partei und im Lande einzuschätzen, die Aufgaben der weiteren Vorbereitung des 12. Parteitages der SED zu beraten und Veränderungen in der Zusammensetzung des Zentralkomitees zu beschließen. Referent auf der Tagung wird der Generalsekretär Genosser Egon Krenz sein. So viel vielleicht erst mal. Bitte. Berliner Zeitung, Adam, mein Name. Warum hat das Plenum eigentlich eine Parteikonferenz einberufen und nicht einen Sonderparteitag oder das Vorziehen des regulären Parteitags? Ja. Ja, vielleicht noch eine Frage. Moment mal. Ja, bitte. Jedenfalls Berliner Zeitung. Gestern entstand der Eindruck während des Meetings vor dem ZK, dass ein großer Teil der dort sprechenden Berliner Kommunisten wohl für einen Sonderparteitag votiert hat. Wie wird, wie werden die Resolutionen, Forderungen und so weiter im ZK, die jetzt im ZK eingehen, wie werden die ausgezählt und von wem werden die ausgezählt? Also, es stimmt, dass dem Zentralkomitee sowohl eine große Anzahl von Forderungen zur Einwohnung einer Parteikonferenz vorliegt, wie auch eine erhebliche Zahl von Forderungen nach Einberufung eines Sonderparteitages. Es gibt also zwei Vorschläge und das Zentralkomitee kann sich nur für einen Vorschlag entscheiden. Das Zentralkomitee hat sich für den Vorschlag der Einberufung einer Parteikonferenz entschieden, weil die Einberufung eines Sonderparteitages laut Statut eine besondere Frist voraussetzt, also von zwei Monaten und wir glauben doch, dass mindestens zwei Monaten dass es notwendig ist eine für die Gesamtmitgliedschaft repräsentative Parteikonferenz zur Erörterung und zur Entscheidung über die Fragen die ich eben genannt habe nicht länger hinaus zu schieben das hat den Ausschlag gegeben für die Entscheidung eine Parteikonferenz einzubringen. Wir sind außerdem der Meinung dass die Erwartungen die sich verbinden mit der Einberufung einer solchen Konferenz oder auch eines außerordentlichen Parteitages auch mit dieser Konferenz erfüllt werden können insbesondere was eine Erneuerung oder wenn man so will eine starke Ersetzung eines erheblichen Teiles der jetzigen Mitglieder des Zentralkomitees anbetrifft. Wolf Wagner Prager Volkszeitung gestern auf dem Meeting und auch von vielen Genossen der Parteibasis wurde gefordert dass die Delegierten zu dieser Parteikonferenz oder zu dem Sonderparteitag direkt von der Parteibasis über die Grundorganisation die Kreisorganisation gewählt werden hat das ZK beraten wie dieser Wahlmodus der Delegierten erfolgen soll Also es ist sowohl vorgesehen Delegierte für diese Parteikonferenz in Großbetrieben also von der Basis direkt zu wählen als auch über den Weg von Kreisdelegierten Konferenzen Ich muss euch immer mal anschauen dabei weil bei jedem Punkt der Beratung dabei war Günter Ah hallo Entschuldigung 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 Also vielleicht kann ich Ihnen das doch mitteilen Der Wahlmodus ist in der Tat zusammen mit der Entscheidung über die Quartai-Konferenz beschlossen worden Ich bitte um Entschuldigung Ich war zeitweilig nicht in der Beratung des Zentralkomitees Und deswegen bin ich besonders dankbar dass man mich darauf aufmerksam macht Also der Wahlmodus sieht vor auf 750 Mitglieder und Kandidaten der SED einen Delegierten mit beschließender Stimme zur Parteikonferenz zu wählen Die Wahl zur Parteikonferenz erfolgt auf Kreisdelegierten Konferenzen bis zum 3. Dezember Den Delegierten Schlüssel für die Kreisdelegierten Konferenzen legen die Kreisleitung fest Die Delegierten zu den Kreisdelegierten Konferenzen werden durch Mitgliederversammlungen bzw. Delegierten Konferenzen der Grundorganisation und der Parteiorganisation bis zum 26. November gewählt Und jetzt kommt der Punkt auf den ich angespielt habe und nachdem sie gefragt haben Parteiorganisationen mit einer Stärke von 750 und mehr Mitgliedern und Kandidaten erhalten die Möglichkeit ihre Delegierten entsprechenden Delegierten Schlüssel direkt zur Parteikonferenz zu wählen zu wählen zur Wahl als Delegierte zur Parteikonferenz können auf den Kreisdelegierten Konferenzen mehr Kandidaten zur Auswahl vorgeschlagen werden als durch sie Delegierte zu wählen sind Soweit die Wahlmodalitäten Günter Brock aus der Studie Rostock Viele Kollegen haben mich beauftragt ein paar Fragen zu deiner Person zu stellen Minister Schabowski im Zusammenhang mit deiner Wahl als Schirmherr der Massenmedien in der DDR man möchte gern wissen wie du deine innere Rechtfertigung dazu siehst für so einen Posten wo du doch viele Jahre als ND-Chefredakteur führend bei der Realisierung der Pressepolitik Erich Honeckers mitgewirkt hast Die zweite Frage die in dem Zusammenhang oft gestellt wird ist was hast du selbst gegen den Personenkult getan der in unserer Presse betrieben wurde beispielsweise gegen so eine übergeschnappte Idee vom 12.03.84 in Neuen Deutschland 43 Mal das Bild Erich Honeckers zu veröffentlichen Die dritte Frage und letzte auch von Genossen gestellt bei uns ist es zufällig dass dein Bild gegenwärtig öfter in Presse und Fernsehen zu sehen ist als gar das des Generalsekretärs Wenn man das verfolgt haben viele Kollegen von mir den Eindruck dass hier schon wieder ein klein wenig manipuliert wird Also was das Letztere anbelangt möchte ich die Frage und die Antwort darauf an den Fragesteller zurückverweisen Wenn also mein Bild in der Presse veröffentlicht wird dann habe ich darauf nicht den geringsten Einfluss sondern dann passiert das sicherlich nur durch die Umstände Wenn man in der Öffentlichkeit aktiv ist und insofern scheint mir die Frage sogar etwas naiv dann ist es ja unvermeidlich und Sie sehen das ja auch hier an der Beteiligung also schon jetzt müsste ich sozusagen mein Haupt wieder verhüllen weil unzählige Kameras auf mich gerichtet sind ist unvermeidlich hängt mit der mit dem Grad an öffentlicher Aktivität zusammen und mit dem Interesse was offensichtlich bestimmte Medien also mit meiner Person verbunden haben aber daran bin ich völlig unschuldig Trotzdem will ich mir die Bemerkung zu Herzen nehmen und wenn ich es ganz konsequent machen will dann würde ich jetzt bitten dass man sämtliche Klicks und Klacks einstellt damit wir nicht und ich nicht Gefahr laufe noch weiter in den Verdacht von kultischen Neigungen zu geraten aber an sich ist es lichtet bei den Zeitungen Sie selbst entscheiden und niemand von uns nimmt darauf Einfluss so möchte ich die Frage doch beantwortet sehen dann möchte ich mich gegen den Begriff Schirmherr wenden ich weiß nicht also was man damit verbinden wollte ich bin Sekretär für die für die Informationspolitik der Partei und für die Zusammenarbeit mit den Medien ohne eine solche Funktion kommt heute keine politische Partei aus wie er sich nicht immer nennen mag natürlich werde ich für diese Arbeit entsprechende Verfahrensweisen und ein Konzept zu entwickeln habe ich werde mich bemühen darum was nun meine Vergangenheit anbelangt so gebe ich Ihnen zu uneingeschränkt dass ich als Chefredakteur des neuen Deutschland bis zu der Übernahme der Funktion in der Bezirksamen der Partei sowohl Subjekt und ich muss aber auch für mich in Anspruch nehmen auch Objekt also dieser Politik war die wir heute alle beklagen ich kann für mich nur sagen dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten und das waren objektive und auch subjektive Möglichkeiten oder subjektive Möglichkeiten verstehe ich natürlich dass wir heute alle viel klüger sind an der Fragestelle auch als damals und dass wir uns damals mit bestimmten Praktiken auch der Medienarbeit und natürlich auch uns zu Regeln der Parteidisziplin bekannt haben die diese Prozesse leider mit verschuldet haben also ich will damit ausdrücken dass ich mir der Belastung durch diese Phase meiner Arbeit durchaus bewusst bin und ich kann dir sagen dass ich diese Funktion nicht leichten Herzens übernommen habe auch aus diesem Grunde ich will hinzusetzen dass ich damals als ich meine Partei in die Funktion des ersten Sekretärs von Berlin berufen hat mir geschworen habe und in verstärktem Maße schon wenige Wochen danach als ich die den Charakter dieser Arbeit dieser neuen Arbeit voll verstand und ihm entsprechen konnte oder besser entsprechen konnte mir geschworen habe ich werde wahrscheinlich nie wieder in die Arbeit zurückgehen aus der gekommen bin nicht zuletzt aus den Gründen die uns alle in dieser Arbeit so furchtbar belastet haben aber wie das so ist der Mensch denkt und der liebe Gott lenkt nun bin ich wieder da gelandet im vollen Bewusstsein also dieser meiner Vergangenheit bin ich aber entschlossen in dieser Funktion alles zu tun dass die Medienarbeit in unserer Republik künftig und vor allem die Arbeit der Medien unserer Partei unter anderem aus Bietzien verläuft als das damals der Fall war wissen Sie es so wenn Menschen in ihrer Kindheit von den Eltern viel Prügel bekommen haben dann gibt es zwei Varianten ihrer künftigen Entwicklung entweder sie prügeln später ihre Kinder gleichfalls oder aber sie ziehen daraus den Schluss solch eine Methode des Umgangs mit Menschen werde ich nicht praktizieren ich habe mich für die zweite Schlussfolgerung entschieden Sie haben zwar den Begriff Schirmherr etwas anrückig gefunden aber Sie haben nicht gegen die Formulierung gesprochen Schirmherr der Massenmedien der DDR verstehen Sie Ihre Aufgabe so überhaupt nicht also ein Schirmherr der Massenmedien der DDR kann es überhaupt nicht geben und es kann schon gar nicht der Sekretär der dafür zuständige also für diesen Arbeitsbereich zuständige Medien Sekretär der SED sein wir haben ja in der DDR eine entfaltete Medienlandschaft wie das so schön heißt wir haben ja politische Parteien in der DDR die voll für die Presseorgane die voll die Presseorgane verantworten die sie herausgeben auf diese Presseorgane hat die SED überhaupt keinen Einfluss und kann sie auch keinen Einfluss und beansprucht sie auch gar keinen Einfluss wir haben außerdem Medien wie Fernsehen und Rundfunk die staatlich geleitet sind und wir haben schließlich die Parteipresse also direkt für die die Partei als Herausgeber zeichnet meine Aufgabe hat diese Umstände natürlich zu berücksichtigen und außerdem ist sie in keiner Weise und in deutlichem Unterschied zu der Praxis vorher wird sie in deutlichem Unterschied zu der Praxis vorher davon bestimmt sein eine kameradschaftlichen Stil der gegenseitigen Konsultation der gegenseitigen Information zu pflegen der für beide Seiten von Nutzen ist also keine Kommandiererei keine Gängelei mehr weil Kommandieren und Gängeln also die denkbar untauglichsten Methoden sind um so komplizierte und diffizile Instrumente wie Medien zu ihrem Vorteil zu befördern also das wird die Hauptmethode sein natürlich werden wir mit den Kommunisten in den Medien immer arbeiten auch in den Medien die nicht der Partei gehören es wird also das wichtigste sein die Kommunisten in den Medien ob sie in der Parteipresse arbeiten oder ob sie in anderen Medien arbeiten dazu befähigen in Wahrnehmung ihrer Selbstverantwortung und ihrer Rolle als Kommunisten und ihrer Überzeugtheit als Kommunisten die Linie der Partei dort zu vertreten wo sie wirken aber nicht durch Befehl oder Kommando von Seiten eines Sekretärs des Zentralkomitees Wo sind Sie her wenn ich fragen habe Entschuldigen Sie meine Neugier Brinkmann Bild Zeitung Heißt das dass Sie die freie Presse für die DDR verkündet haben Ich habe nicht zu eben die freie Presse für die DDR verkündet wenn Sie die Medien Landschaft der DDR betrachten dann werden Sie dort vieles sehen und feststellen können was also so definiert werden könnte Also meinen Sie die Zeitung der CDU wird in irgendeiner Weise von der SED beeinflussen oder die Zeitung der Morgen Ich habe erst vor ein paar Tagen einen Leitartikel im Morgen gelesen der sich mit der Rolle der SED befasst und der ausschließlich die Position der LDP dort artikuliert ohne danach zu fragen ob die SED vielleicht damit einverstanden sein könnte in jedem Punkt Also ich würde sagen da liegt eine nicht ganz exakte Voraussetzung in Ihrer Frage die sich durch Betrachtung der Medienlandschaft der DDR schnell aus der Welt schaffen ließe mich interessiert wurde während der Diskussion irgendwie auf irgendwelche Weise die Erfahrungen der Politik der Perestroika der Kapadizu erwähnt wie auf welche Weise und vielleicht Ihre persönliche Meinung dazu zu dieser Frage Die Politik der Perestroika spielt eine große Rolle also wenn man so will liegt sie sogar in entscheidendem Maße der gesamten Debatte als Denkhintergrund zugrunde wenn man so sagen darf und es wurde heute zum Beispiel festgestellt ich will darauf mal mit einer negativen Formulierung antworten dass einer der Gründe die zu den heutigen Schwierigkeiten der Partei geführt haben die zu ihrer fehlerhaften Politik geführt hat eben ein Fehler war nämlich die große Bedeutung des 1985 in der Sowjetunion eingeleiteten Prozesses der Umgestaltung verkannt zu haben die internationale Bedeutung dieses Prozesses also der durchaus nicht nur die Probleme in der Sowjetunion betraf durch diese Probleme verursacht war sondern der bestimmt ist von notwendiger Modernisierung der Sozialismus Konzeption in unserer Zeit und ich habe gestern schon gesagt dass sich sowohl im Referat wie im Aktionsprogramm und heute in der Diskussion wurde das erneut bestätigt alles herleitet von der Definition eines neuen Verhältnisses zwischen Sozialismus und Demokratie und Sie als sowjetischer Journalist wissen natürlich welche große Rolle gerade diese beiden Begriffe und ihre Wechselbeziehung in den grundlegenden Äußerungen des Generalsekretärs der KBDSU und Genossen Gorbatschow spielen sowohl als Garantie gegen Wiederholung alter Fehler wie als Garantie dafür dass die komplizierten Prozesse der Weiterentwicklung des Sozialismus nur auf demokratischem Wehe unter breitester Einbeziehung der Menschen möglich ist Ich habe zwei Fragen die erste ich war gestern auf dem Meeting und mich bewegten da zwei Gefühle das erste dass die Partei endlich muss ich sagen endlich auch auf eine Straße oder einen Platz gegangen ist und hat sich artikuliert und das zweite war dass dort auch zum Ausdruck kam dass jeder Genosse tausend Fragen und auch Zweifel hat und ich würde gerne wissen wie dein Eindruck war und die zweite Sache ich muss leider zurückkommen auf die gestrige Pressekonferenz auf der ich nicht war und zwar auf deine Antwort auf die Frage nach den neuen Frauen die ich nicht unwidersprochen lassen kann du sagtest dass eben die Verantwortung im Politbüro so schwierig kompliziert und so weiter ist und du dadurch erklärst dass unser Politbüro kein einziges weibliches Vollmitglied hat und ich muss dir unumwunden sagen ich bin von dieser Antwort enttäuscht weil mich diese Antwort seit mindestens ein Dutzend Jahren ausgesprochen von Dutzenden Leitern aller Ebene begleitet auf die Frage Frauen in Spitzenfunktion Für mich ist das auch ein Ausdruck dass wir auch in unserem Denken über Frauen in der DDR einschließlich der Spitzenfunktion unbedingt eine Erneuerung brauchen denn wir haben die Frauen die diese Verantwortung tragen können und wir müssen sie auch einsetzen also wir können feststellen dass bitte bitte vielleicht darf ich für den dda rundfunk eine Frage stellen die uns alle interessiert nach den Informationen die bisher vorliegen hat Genosse Motro heute im Plenum Vorschläge über schrittweise Wirtschaftsreformen in der DDR unterbreitet unsere Frage welche Vorschläge würde so vorschlagen auf die zweite Frage auf die Frage von Ihnen antwortest du zur ersten Frage nochmal oder es war ja keine Frage es war ja mehr eine Selbstdarstellung würde ich sagen als Tagung des Zentralkomitees fand statt wir sind also aus der Tagung heraus gegangen und jede Minute die man dort nicht anwesend sein kann ist ein Verlust für jedes Mitglied des Zentralkomitees Habeck also würden Sie noch einmal vielleicht akzentrieren worin die Frage bestand jetzt der erste Teil ob du auch den Eindruck hast dass die Genossen auch tausend Fragen und viele Zweifel haben ja 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 gut gut also selbstverständlich also bin ich mir dessen bewusst und meine Kontakte mit den Genossen in den Betrieben sind ja nicht beschränkt auf die Begegnung mit ihnen im Verlauf dieses Meetings aber wir sind uns dieser Tatsache durchaus bewusst und diese Tatsache hat ja zur Einberufung der ZK Tagung geführt und alle die Fragen ich will ich jetzt nicht so pauschal sagen aber natürlich ist diese Tagung beherrscht von den Fragen und Sorgen der Genossen und die Mitglieder ZK die gesprochen haben ob nun also Mitglieder die in Institutionen oder sonst wo tätig sind wie auch die Genossen die direkt aus den Betrieben kommen haben dort direkt als Berichterstatter ihrer Mitglieder der Mitglieder ihrer Partei zu den Frauen ich stimme dir rückhaltlos zu mehr kann ich dazu nicht sagen ich habe nichts zu rechtfertigen aber vielleicht war schon wieder ein Ausdruck dafür dass wir kein richtiges Verhältnis zu dieser Frauen dass wir dir nicht die Möglichkeit geben dazu ein Wort zu sagen ich möchte eigentlich die Unzufriedenheit der Fragestellerin mit diesem Problem teilen weil ich auch der Meinung bin dass es in unserem Land in vielen Funktionen fähige Frauen gibt die man bei ein bisschen mehr Mut und Courage in der Gesellschaft überhaupt auch in Spitzenfunktion einsetzen könnte ich denke da zum Beispiel an Bürgermeisterinnen in großen Städten unseres Landes an Kombinats und Betriebsdirektoren und nicht zuletzt auch an unsere Schuldirektorinnen also es gibt auf den verschiedensten Ebenen Frauen in leitenden Funktionen aber kaum welche in Spitzenfunktionen darf ich dazu eine Ergänzung machen das ist übrigens keine ganz neue Erkenntnis unserer Partei ich möchte darauf hinweisen dass schon vor mehreren Monaten ich weiß nicht mehr in welchem Heft der Einheit einen Artikel über Frauen in der Wissenschaft und ihrer verantwortungsvollen Funktion darin zu finden ist also eine ganz neue Erkenntnis ist das nicht und zum zweiten vielleicht noch die Ergänzung dass das jetzt in der Debatte befindliche Aktionsprogramm unserer Partei gerade zu diesem Aspekt ihrer Frage auch eine recht deutliche Antwort geben wird Moment die Antwort auf die Frage nach den Wirtschaftsreformen die sich in dem Diskussionsbeitrag von Genossen Modro abgezeichnet haben Genosse Modro hat in seinem zweiten Teil des Diskussionsbeitrages schon die Konturen einer Art Regierungserklärung durchblicken lassen im Mittelpunkt dieser Erklärung stand verständlicherweise die Wirtschaft und ausgehend von der kritischen und gründlichen Analyse unserer wirtschaftlichen Situation die Veränderung der Wirtschaftspolitik die wiederum zunächst eine umfassende Wirtschaftsreform erforderlich macht nun müsste man nach dem heutigen Tag versuchen auch nicht nur aus den Diskussionsbeitrag von Genossen Modro sondern aus anderen Diskussionsbeitragen die sich mit Wirtschaftsreform beschäftigt haben zusammen zu fassen wo die Denkrichtungen hingehen wir sind hier mittendrin Sie können nicht erwarten dass wir heute das schon abschließen und außerdem wird eine Wirtschaftsreform die aktive Mitarbeiter Wirtschaftler brauchen der Wirtschaftswissenschaftler der Generaldirektoren der Kombinate das wollen wir sichern aber wo soll das hingehen erstens hat Genosse Motro dargelegt dass es zunächst darauf ankommt die gesamte zentrale staatliche Leitung und Planung zu vereinfachen das heißt die Überzentralisation zu beseitigen zweitens den Handlungsspielraum der Produzenten und da meint er sowohl die Kombinate die Betriebe aber auch Genossenschaften und aller anderen produzierenden Einrichtungen zu erweitern da meint er damit und das hat er ausführlich dargelegt das sozialistische Leistungsprinzip durchzusetzen und zu dieser Wirtschaftsreform und jetzt muss ich hier als Außenhandelsminister sprechen gehört natürlich auch die Wirtschaft der DDR in stärkerem Maße in die Weltwirtschaft einzubringen gegenwärtig ist die Wirtschaft der DDR mit 1,1 Prozent am Weltaußenhandel beteiligt das ist im Verhältnis zur Größe unserer Leistung unserer Wirtschaft zu wenig und wir werden nicht die Frage stellen Export überhaupt Export mehr Export wenig sondern wie wir über unsere Teilnahme an der internationalen Arbeitsteilung die Voraussetzungen für diese Wirtschaftsreform die notwendig ist mitschaffen können vielleicht nur noch eine Ergänzung ich glaube das ist auch ein Stückchen Antwort auf die vorhin gestellte Frage Parteikonferenz oder Parteitag die Beantwortung der Fragen die eben diskutiert worden sind bedürfen ganz gewiss gründlichen Bedenkens in all den Konsequenzen zusammenhängen und das wird in der Kürze der Zeit meines Verachtens verantwortungsbewusst nicht zu machen sein sondern die Parteikonferenz wird weitere deutliche Konturen setzen müssen aber was dann erforderlich ist eine wirklich umfassende Wirtschaftsreform in den Gesamtverästelungen und Konturen zu erarbeiten das bedarf wirklich des vorangegangenen demokratischen Gesprächs darüber der Vorschläge die die verschiedensten darin einbringen um dann schließlich auch auf dem Parteitag dazu deutlichere ganz klare Worte eines in sich geschlossenen Programms zu umreißen bitteschön Zusatzfrage bitte Herr Korrespondent der sowjetischen Nachrichtenagent Urtas mich interessiert eine ganz andere Frage Genosse Schabowski Ihre Vorstellung und Ihre Meinung über die politische Reform in der DDR könnten Sie die wichtigsten Momente nennen politische Reform politische Reform in der DDR Ja Wir liegen nur einen Augenblick weil das eine so komplexe Frage ist Achso bitte Zusatzfrage Sie hatten das sozialistische Leistungsprinzip angesprochen Ich habe vermisst dass Sie etwas zum Lohnsystem gesagt haben Heißt das auch dass Sie das Lohnsystem vom Kopf wieder auf die Füße stellen werden sprich so verändern werden dass die Leute hier mit dem was sie arbeiten auch zufrieden sein werden was Sie denn dafür an Geld bekommen natürlich Wenn ich über Leistungsprinzip spreche dann gehört natürlich dazu dass man für gute Leistung guten Lohn bekommt das heißt warum sollen wir Lohn ausklammern aber ich muss Ihnen genauso sagen dass solche komplizierte Fragen nicht innerhalb eines Tages oder zwei Tage beraten werden können und auch nur mit all den Beteiligten aber darum wird ja jetzt wirklich eine sehr offene sehr breite Diskussion geführt die natürlich das Lohnsystem nicht ausklammern kann selbstverständlich das kann man kein Leistungsprinzip durchsetzen wir lassen noch eine Frage stellen ja wir lassen bloß noch eine Frage stellen die wird dann danach bitteschön kann ich eine Frage inzwischen stellen Moment da jetzt wird eine Frage gestellt dann wird die Frage des Kollegen von TASPA Ja das ist die junge Welt Lars Ich habe mal eine Frage neun Genossen reichten vor der Wahl des Politbüros ihren Rücktritt nicht die notwendige Stimmenzahl bekommen zugleich sprach Egon Krenz in seinem Referat davon von schwerwiegenden Fehlentscheidungen in der Vergangenheit meine Frage jetzt existieren Überlegungen oder Vorstellungen wird darüber diskutiert wie Rechenschaft abgelegt wurde über diese Fehler von Genossen die diese Fehler begannen haben das ist meine Frage Danke Moment jetzt erstmal die Beantwortung der Frage der sowjetischen Journalisten die Frage nach den Reformen ich möchte da doch auf die konzentriertes den konzentriertesten Ausdruck dieser Reformen verweisen die wir erstreben im Referat von Egon Krenz ist das ausführlich dargestellt konzentriert findet sich das wieder in dem Entwurf des Aktionsprogramms und jetzt habe ich schon so viele Zettel hier ich habe das Aktionsprogramm in einem bestimmten Maße zur Kenntnis genommen also es handelt sich um eine Angriff an deine Bemerkung um Wirtschaftsreform jetzt kann man die Reihenfolge streiten es handelt sich um eine Reform des politischen Systems also um eine demokratische Koalitionsregierung die zu schaffen ist die Regierung ist zurückgetreten und wird überprüfen können ob diese demokratische Koalitionsregierung zustande kommt und wie weit schon dieser Punkt ja nicht nur ein ferner Zielpunkt Realität wird im Aktionsprogramm ist ausgedrückt dass wir an der Erarbeitung eines Wahlgesetzes interessiert sind und dieses Wahlgesetz mit Sicherheit zustande kommen wird durch das Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte relevanten gesellschaftlichen Kräfte mit Sicherheit auch jener Kräfte die im Prozess der Volksbewegung die alles das bewirkt hat womit wir uns heute befassen eine bestimmte impulsgebende Rolle gespielt haben aber gestern aufmerksam gemacht dass auch mit Vertretern des neuen Forum eine Kontaktnahme stattgefunden hat über die Zulassung und über die Bedingungen der Zulassung also in irgendeiner Form wird das dort mit eine Rolle spielen wir sind und wir erstreben mit diesem Wahlgesetz freie allgemeine demokratische und geheime Wahlen bei denen in jeder Phase die öffentliche Kontrolle garantiert ist also wir sind für eine pluralistische Gesellschaft also Meinungsgesellschaft wir stehen auf dem Standpunkt was lange nicht wahrgenommen worden ist dass es eine Interessenvielfalt in dieser Gesellschaft gibt und dass es für die Interessenausgleich in der Gesellschaft notwendig ist neue demokratische Formen zu entwickeln dass gewissermaßen der Demokratiebedarf viel größer war als die in der Tat vorhandenen und nicht gering zu schätzenden Formen der sozialistischen Demokratie bis zum heutigen Tag wir sind für einen sozialistischen Rechtsstaat das wird markiert werden durch neue Gesetze die zu erarbeiten sind durch ein Gesetz über Vereinigungsfreiheit über Versammlungsfreiheit ein Mediengesetz Veränderung des Strafrechts durch die Hebung der Rolle der Abgeordneten und der Parlamente von der obersten Volksvertretung wir sind zu den Bezirken und den Gemeinden und dann wie gesagt also viele viele andere Bereiche des Lebens erfassend die wichtigsten davon weiter die Wirtschaftsreform über die Genosse Beil gesprochen hat ich habe vorhin schon Andeutung gemacht über die Arbeit der Medien und wie sich die Partei diese Zusammenarbeit vorstellt oder die Zusammenarbeit mit den Medien aber zu regeln ist das für die Medien in der DDR natürlich grundsätzlich durch ein Gesetz das von der Volkskammer zu verabschieden ist und auch in einem demokratischen Prozess erarbeitet werden muss andere Themen betreffen Frauen die Wissenschaft die Reform des Bildungswesens wenn du dazu vielleicht noch ein Wort sagen willst die Rolle von Kultur und Kunst in einer sozialistischen Gesellschaft unter den Aspekten der Freiheit und der Verantwortung von Kultur und Kunst aber auch natürlich als ganz wichtiges und für die Partei für die SED zentrales Moment dieser Reformen die Erneuerung der Partei selbst mit solchen Festlegungen oder Zielstellungen dass auch die Funktionsdauer also nicht lebenslang sein kann sondern dass sie sich über nur über einige Wahlperioden erstreckt über zwei Wahlperioden aber darüber wird ja noch zu diskutieren sein also damit möchte ich angedeutet haben dass die Erneuerung selbst sich von vielen Seiten her definiert und alle Bereiche der Gesellschaft umfasst und natürlich einer gründlichen Diskussion bedarf um die Vorstellung die SED hat weiter zu präzisieren mein Name ist Dick Verkeek vom niederländischen Rundfunk Sie haben gesprochen über freie allgemeine demokratische Wahlen wie stellt die SED sich das vor dass man das macht wie in Polen dass bei diesen Wahlen ein bestimmter Teil im Parlament reserviert ist von vornherein von der Partei oder ist es die Absicht in die Richtung Ungarn zu gehen wo wirklich alle Parteien gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten haben also jetzt sagen wir mal müssen wir doch der Reihe nach vorgehen also nochmal Ihre Frage jetzt nochmal ganz kurz meine Frage war dass neun Mitglieder also neun Genossen vorher zurückgetreten sind drei haben nicht das Vertrauen gekriegt und die dass der Genosse Krenz in seinem Referat sagte schwerwiegende Fehlentscheidung unsere Frage jetzt inwiefern ist vorgesehen dass Genossen auch zur Rechenschaft gezogen werden ja auch zur Verantwortung gezogen werden die für diese schwerwiegenden Fehlentwicklungen verantwortlich sind ob darüber diskutiert wird im ZK welche Vorstellungen es gibt ich erlaube mir zwei Fragen die ganz kurz zu beantworten sind ich bitte immer sagen Radio DDR Radio DDR wir haben heute im Programm darüber informiert dass Hans-Joachim Böhmer als erster Sekretär der Bezirksleitung Halle abgewählt worden ist und wir haben auch darüber informiert dass Werner Walde in Cottbus als erster Sekretär zurückgetreten ist hat das Konsequenzen für das Politbüro die erste Frage und die zweite Frage Waldemar-Liemen ein Kali-Betrieb oder Kali-Kombinat in Merkers hat gefordert die Schuldigen zu bestrafen haben das auch andere Redner gefordert und wie ist Ihre Haltung dazu? Also diese Forderungen sind gestellt worden jetzt beantworten wir wieder die Frage als erster wir müssen das System doch also beachten oder sollten es besser praktizieren so wie gestern wir sollten Frage für Frage beantworten also die trotzdem gestatten Sie mir dass ich erst darauf antworte ja diese Frage ist gestellt worden diese Forderung ist erhoben worden aber wenn sie so weitgehend erhoben wird also der Bestrafung was ist die Bestrafung dann setzt das natürlich voraus wenn man das juristisch verstehen wollte dass also juristisch zu klären ist worin der Straftatbestand steht diese Frage lässt sich also nicht von mir beantworten wenn jemand sich in einer Weise schuldig gemacht hat dass das zu solchen Konsequenzen führen muss dann wird jeder von uns der Meinung sein diese Konsequenz muss gezogen werden politische Fehler sind nicht unbedingt gleichzusetzen mit strafbaren Handeln das habe ich sagen wollen aber es ist ja nicht ausgeschlossen dass politische Fehler also bei weiterer Überprüfung sich auch als Fehler anderer Art herausstellen und da kann man sich noch nicht zu äußern ich will das aber auch nicht ausschließen dazu ist ja auch der Erkenntnisprozess im Zentralkomitee noch aber es ist Ausdruck einer bestimmten Empörung und Erwartungshaltung das ist ohne Zweifel der Fall so jetzt noch macht es Ihre Frage bitte? achso Beme Walde ja ich habe auch davon erfahren ich muss das so distanziert ausdrücken weil ich eben nicht nachträglich davon informieren musste dass die Dinge sich so zugetragen haben in Halle einen Beschluss der Bezirksleitung Halle berichtigen Sie mich mit dem Ergebnis ihn von seiner Funktion als erster Sekretär der Bezirksleitung zu entbinden in Cottbus anders in Cottbus der Vorschlag von Herrn Walde selbst ihn von seiner Funktion zu entlasten das ist doch meines Erachtens ein Unterschied erstens muss man dazu bemerken dass die Funktion eines ersten Bezirkssekretärs nicht und niemals also automatisch verbunden ist mit einer Funktion im Politbüro theoretisch kann also jemand ausscheiden aus einer Bezirksleitung kann Mitglied oder kann er aus dem Politbüro sein wenn natürlich eine Bezirksparteiorganisation einem ersten Sekretär der die Vertrauensbasis sozusagen entzieht dann stellt sich in der Tat die Frage auch für die Leitung in die die betreffende Genosse inzwischen gewählt worden das wird mit Sicherheit nehme ich an morgen in der abschließenden Tagung des Zentralkomitees äh eine Rolle spielen und sicherlich auch zu Entscheidungen führen bei Genossen Walde liegt die Sache anders er ist selbst also äh hat gebeten um Entlastung von seiner Funktion und das ist ein ganz kann ein ganz üblicher und normaler Vorgang sein wenn man eine neue Funktion übernimmt auch ich habe eine neue Funktion übernommen und muss äh die Bezirksleitung Berlin um Entlastung aus meiner bisherigen Funktion bitten das ist noch nicht geschehen wird auf der nächsten Tagung der Bezirksleitung in Berlin so jetzt aber die junge Welt also er ist inzwischen schon fast ein alter Mann geworden ja alle aller guten Dinge sind drei ne also äh die Frage steht ja noch im Raum also was äh welche Überlegungen gibt es im Zentralkomitee jene Genossen die zurückgetreten sind die nicht das Vertrauen gekriegt haben und die möglicherweise mitverantwortlich sind für Fehlentwicklungen inwiefern welche Überlegungen gibt es mit zur Verantwortung zu ziehen gibt es überhaupt welche äh sehen Sie da eine Notwendigkeit Also im Grunde habe ich die Frage doch schon beantwortet Ja ich meine das aber auch moralisch ich meine dass wir sprechen auch von Moral und Gewissen Ja ich meine äh das sind ja auch Genossen nicht nur strafrechtlich es gibt auch eine andere Verantwortung und Egon Krenz spricht von Moral und spricht auch von Gewissen Aber es hat heute in der Diskussion äh sehr nachdrückliche kritische Bemerkung an die Adresse von Genossen gegeben die aus dem Politbüro äh ausgeschieden sind also entbunden wurden von ihren Funktionen an Genossen Mittag hat es eine Reihe sehr ärter kritischer Bemerkung gegeben ähm und es hat die Forderung gegeben den Prozess der in der kritischen Analyse äh dieser Fehler ihrer Ursachen auch der persönlichen Verantwortung bei der Analyse der Fehler Rechnung zu tragen also das wird sicherlich fortgesetzt und wir können auch sicher oder mit Sicherheit davon ausgehen dass sich alle diese Fragen auch auf der äh Parteikontext stellen werden und zwar nicht nur von Mitgliedern des Zentralkontist wie jetzt sondern dann auch von Mitgliedern der Parteibasis und bis dahin wird dieser Prozess der Klärung sicher dann kann ich auch weitergehen meine Frage Achso Entschuldigen Sie bitte also äh wir sind in diesen Punkte der Meinung dass die DDR die Praxis finden muss und definieren muss die für ihre Verhältnisse die richtige ist äh die Lage Polen oder Ungarn bitte? die richtige ist Polen oder Ungarn also die Lage in der DDR ist weder so wie in Polen noch ist sie so wie in Ungarn und wir haben wir haben ja auch eine sagen wir mal entwickelte Parteienlandschaft kann man ja sagen wir haben wir verfügen über langjährige äh Koalitionsbeziehungen ja mit diesen Partnern also wir werden das ist ja wohl das Mindeste wenn man solche Wahlen anstrebt äh den demokratischen Weg einschlagen zur Erarbeitung dieses Gesetzes und werden uns dabei verständigen über alles was möglich ist und werden auch alle Varianten durchspielen auch zur Bestimmung der Position der SED und da will ich also andere Formen oder äh bisher geübte Praktiken des Zusammengehens oder der Koalition überhaupt nicht ausschließen aber wie man immer so schön sagt zum Koalieren gehören ja mindestens zwei also es hängt nicht nur ab von uns sondern es hängt auch von unseren Partnern ab zu welchem Modus wir uns dabei oder über welchen Modus wir uns einnehmen werden Herr Schabowski Ich glaube auch es wäre würde dem Charakter dieser Erneuerung äh nicht entsprechen wenn wir jetzt wenn die Partei das Zentralkomitee jetzt schon sagen würde so oder so sondern wir befinden uns mitten in einem großen Klärungsprozess und sie fragen nach dem Modell Polens oder Ungarns wir müssen wirklich präzis die Lage in unserem Land die Voraussetzungen die hier gegeben sind die Erfordernisse vor denen wir stehen in Rechnung stellen und dann im Prozess der Klärung mit allen die willens sind diesen neuen Schritt mit zu gehen Was habe ich mit gesagt? So, Moment, Moment also ich bin hier also schon scharfer Kritik durch Gesten und so weiter ausgesetzt und da ich Ihnen entgegen kommen möchte bitte stellen Sie Ihre Frage wir wollen immer eine Frage nach der anderen stellen dafür haben Sie Verständnis weil es sich doch herausstellt dann müssen wir zu viel rekapitulieren kostet uns schon wieder Zeit bitteschön also dieser Hoster Dorgens Nyheter würden Sie bitte sagen wo Sie herkommen? Ja Dorgens Nyheter Schweden Herr Schabowski in der Rede von Egon Krenz ist Egon Krenz in der dritten Person genannt wer hat diese Rede geschrieben? sind das vielleicht dieselbe initiativreiche Genossen die an dieser Stelle sagt man dass Sie zusammen mit Krenz Honecker gestürzt haben? Also ich muss Ihnen ehrlich gestehen dass also in der Rede von Krenz also Egon Krenz gesprochen hat kann ja sein dass es gibt ja Tatbestände die man objektiviert dadurch dass man also die handelnden Personen selbst durch einen der Handelnden in der dritten Person schildert ja das ist möglich ich würde dem keine gravierende Bedeutung weil eines kann ich versichern die Rede hat der Genosse Krenz wirklich weitgehend selbst verfasst weitgehend heißt nur dass man sich im Kollektiv zusammensetzt Formulierungen die dann vorliegen gemeinsam prüft und so weiter aber es ist eine rechte selbstverständlich bitteschön der Wien für neue Wahlen nein gibt es noch nicht Entschuldigung jetzt Sie und dann Sie ich hatte Ihnen schon vorhin ein Zeichen gegeben Herr Schabowski Sie haben vom Partner Stanzl der Standard Wien Es ist ja nicht so interessant zu wissen wo Sie herkommen Sie haben gesprochen von Partnern bei der Wahl und den anderen Parteien ist es auch denkbar dass das dann Gegner sein könnten sicher 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 und eine weitere Sollte man sich sonst also freie Wahlen vorstellen ohne diese Möglichkeit von Kontrahenten also eine Auflösung der nationalen Front wissen Sie da stellen Sie mir schon wieder Fragen die ich so nicht beantworten kann wir haben eben ausführlich darüber geredet dass das ein Klärungsprozess ist ein Prozess der Debatte der Diskussion wir sind ja in einer neuen Situation aber es wäre denkbar aber denkbar wäre es gewiss oder die nationale Front in veränderter Form wäre ebenso denkbar und eine zweite Frage noch Herr Schabowski wenn das alles was Sie sich hier vornehmen nun nicht gelingen sollte und diese Flüchtlingswelle nicht abreißt da fällt mir ein Gauss hat vor zwei Tagen gesagt in so einem Fall würden so gravierende Probleme bestehen hier in der DDR und in der BRD und hat in diesem Zusammenhang eine Vier-Mächte-Konferenz vorgeschlagen wie stehen Sie dazu? Also ich ziehe eine solche Variante überhaupt nicht in Betracht muss ich Ihnen sagen weil wir ja angetreten sind und davon überzeugt sind und entschlossen sind das müssen Sie uns zubillieren dass wir die Probleme in den Griff bekommen also wir arbeiten für den Erfolg unserer Schritte wenn man sich schon von vornherein also von einem möglichen Misserfolg faszinieren lässt wird man kaum handlungsfähig sein also ich würde Sie bitten das einfach so zu verstehen wir werden uns in jeder Situation auf jede Situation einzustellen haben das steht außer Frage Herr Schabowski Herr Schabowski Entschuldigung jetzt Sie jetzt erstmal wieder italienisch Kollege Ich heiße Riccardo Ehrmann ich vertrete die italienische Nachrichtenagentur ANSA Herr Schabowski Sie haben vom Fehler gesprochen glauben Sie nicht dass es war ein großer Fehler diesen Reisegesetzentwurf das Sie haben jetzt vorgestellt vor wenigen Tagen nein das glaube ich nicht wir wissen um die um diese Tendenz in der Bevölkerung um dieses Bedürfnis der Bevölkerung zu reisen oder die DDR zu verlassen und ja haben die Überlegung dass wir alle die Dinge die ich hier vorhin beantwortet habe oder zu beantworten versucht habe auf die Frage des TAS-Korrespondenten nämlich eine komplexe Erneuerung der Gesellschaft äh zu bewirken und dadurch letztlich durch viele dieser Elemente äh zu erreichen dass Menschen sich nicht genötigt sehen in dieser Weise ihre persönlichen Probleme zu bewältigen das sind aber wie gesagt viele Schritte und äh man kann sie nicht alle zur gleichen Zeit einleiten es gibt eine Abfolge von Schritten und die Chance also durch Erweiterung von Reisemöglichkeiten die Chance also durch die Legalisierung und Vereinfachung der Ausreise die Menschen aus einer äh sagen wir mal psychologischen Drucksituation zu befreien viele dieser Schritte sind ja im Grunde unüberlegt erfolgt das wissen wir ja durch Gespräche durch Bedürfnis äh jetzt wieder zurück zu kommen durch äh durch Gespräche mit Menschen die sich in der in der BRD jetzt in einer ungemein komplizierten Lage befinden weil die BRD große Schwierigkeiten hat diese Flüchtlinge unterzubringen also die Aufnahmekapazität der BRD ist im Grunde erschöpft es sind schon mehr als oder weniger als Provisorien mit denen diese Menschen zu rechnen haben wenn sie dort untergebracht werden äh das die Unterbringung ist aber das Geringste für den Aufbau einer Existenz entscheidend wesentlich ist das Finden von Arbeit ja und die notwendige Integration in diese Gesellschaft die weder dann gegeben ist wenn man in einem Zelt haust oder in einer Notunterkunft oder als Arbeitsloser dort rumhängt also wir wollen durch eine Reihe von Umständen dazu gehört auch das Reisesetz die Chance also der souveränen Entscheidung des Bürgers zu reisen wohin er will äh wir sind natürlich äh besorgt dass also diese Möglichkeit dieses Reisegesetzes es ist ja noch immer nicht in Kraft es ist ja ein Entwurf allerdings ist heute soviel ich weiß eine Entscheidung getroffen worden es ist eine Empfehlung des Politbos aufgegriffen worden dass man aus dem Entwurf des Reisegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt der Ständen wie man so schön sagt oder so unschön sagt also die ständige Ausreise regelt also das Verlassen der Republik weil wir es äh für einen unmöglichen Zustand halten dass sich diese Bewegung vollzieht äh über einen befreundeten Staat äh was ja auch für diesen Staat nicht ganz einfach ist und deshalb äh haben wir uns dazu entschlossen heute äh eine Regelung zu treffen die es jeden Bürger der DDR möglich macht äh über Grenzübergangspunkte der DDR äh auszuweisen bitte also Genossen mir ist jetzt hier also mitgeteilt worden dass eine solche Mitteilung heute schon äh verbreitet worden ist sie müsste eigentlich in ihrem Besitz sein also Privatreisen nach dem Ausland können ohne vorliegen von Voraussetzungen Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VB ja Volksbezeihkreisämter in der DDR sind angewiesen Visa zur Ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine Ständige Ausreise vorliegen müssen äh Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangstellen der DDR zur BRD erfolgen damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen Auslandsvertretung der DDR beziehungsweise die Ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten äh die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten das ist auch eine technische Frage ich weiß ja nicht die Testfesse müssen ja also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden wir wollten aber sicherlich inhaltlich aus das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort unverzüglich wie die Presseabteilung des Ministerpräsidenten hat der Ministerrat beschlossen dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird also doch doch ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangstellen der DDR zur BRD beziehungsweise Berlin-West erfolgen und eine Frage auf die Bürger heißt es dass ab sofort die DDR-Bürger Christoph Janowski von Amerika heißt es dass ab sofort die DDR-Bürger durch die Schauslawakei oder Polen nicht ausreisen dürfen Nein das ist darin überhaupt nicht formuliert sondern wir hoffen dass sich auf diese Weise diese Bewegung selbst reguliert in dem Sinne wie wir das erstreben ich habe nichts Gegenteils gehört ich habe nichts Gegenteils gehört ich ja ja ich habe nichts Gegenteils gehört ich drücke mich nur so vorsichtig aus weil ich nun in dieser Frage nicht also ständig auf dem Laufenden bin sondern kurz bevor ich rüberkam diese Information in die Hand gedrückt bekam Herr Schabowski was wird mit dem Berliner Mauer jetzt geschehen? ja ich werde darauf aufmerksam, dass es 19 Uhr ist es ist die letzte Frage ja haben Sie Verständnis dafür was wird mit der Berliner Mauer? es sind dazu schon Auskünfte gegeben worden im Zusammenhang mit der Reisetätigkeit die Frage des Reisens die Durchlässigkeit also der Mauer von unserer Seite beantwortet noch nicht und ausschließlich die Frage nach dem Sinn also dieser ich sag es mal so befestigten Staatsgrenze der DDR wir haben immer gesagt dass dafür noch einige andere Faktoren mit in Betracht gezogen werden müssen und die betreffen den Komplex von Fragen den Genosse Grenz in seinem Referat in der in Hinsicht auf die Beziehung zwischen der DDR und der BRD geäußert hat in Hinsicht auf die Notwendigkeit den Friedenssicherungsprozess mit neuen Initiativen fortzusetzen und sicherlich wird die Debatte über diese Frage positiv beeinflusst werden können wenn sich auch die BRD und wenn sich die NATO zu Abrüstungsschritten entschließt und sie durchsetzt so oder ähnlich wie die DDR das und andere sozialistische Staaten schon mit bestimmten Vorleistungen getan haben herzlichen Dank Vielen Dank Beantwortet worden konnten nicht beantwortet werden auch für Sie wieder wie gestern deshalb die Information die heute geleisteten Diskussionsbeiträge auf dem Plenum werden morgen im neuen Deutschland in der Tagespresse veröffentlicht für morgen den dritten Beratungs- und abschließenden Beratungstag ist wieder angesagt am Abend eine Pressekonferenz darauf möchte ich Sie heute schon vorbereiten und dazu einladen Guten Abend Wir haben zum Beispiel einen umfassenderen Überblick über die Volksbildung Verbindungsbedingungen auch also in den Ausführungser jetzt müssen wir warten ich weiß nicht wo Sie eine Wunschung dort Sie haben sie haben sie kommen Ich habe ein paar Schwierigkeiten. Es ist zu schwierig für mich. Es ist zu schwierig für mich. Es ist zu schwierig für mich. Wenn ich es versuche und es versuche, wird es möglich sein. Ich werde einen Vorschlag machen. Der ist hier noch von Günther. Kann man nicht den Kollegen von der amerikanischen englisch sprechenden Presse noch mal den Text dieser Reiseregelung verletzen? Ich bin jetzt nicht im Standort. Ich versuche, dass wir für euch den Text dieser Reiseregelung Wenn ihr es hört, dann bekommt ihr es. Ich habe eine andere Frage in Englisch. Was denkt ihr, dass es um die Immigration zu stoppen wird? Wir hoffen, dass die Menschen mehr und mehr überzeugt werden. Es wäre besser für sie, dass sie hier bleiben. Denn die Prozesse der Reiseregelung der Gesellschaft beginnt zu zeigen. Die Menschen auf der Bördung haben heute gesagt, dass sie die alten Fäden sind in der Politbüro. Und sie können nicht warten für die Veränderung. Ich glaube, es ist nicht der einzige Grund, dass sie nur alte Fäden sind. Es gibt eine Art von Suggestion, die in diesem Prozess actieren. Und ich glaube, dass es einige von ihnen eine letzte Möglichkeit ist, für sie eine Basis in westerse Deutschland finden. Aber die Basis ist nicht – in westerse Deutschland. Schau dir noch. Schau dir noch. Schau dir noch. Schau dir noch? Schau dir noch. Schau dir noch doch. Schau dir noch bei Gerhard? Schau dir noch. Schau dir noch ein bisschen? Und weil ich mich auch interessiert bin, zurück zu den Zentralen-Kommitteln zu gehen, bitte verpflichtet mich, zu verlassen. Das war die erste Wortmeldung. Daran muss ich auch schon sagen. Auch darüber hat es schon eine Festlegung und eine Information gegeben, dass jeder wieder seine Bitte äußern kann oder seinen Wunsch oder seine Vorstellung kann, zurückzukehren. Ich bin sicher, wir werden auch in dieser Hinsicht bestimmte vereinfachten. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Recommendation! Ich bin sicher. Meinen, meinen. Ist da nicht eine Sache?